Was Vitali Klitschko bei den Boxern, ist Besin Kabaschi mittlerweile bei den Thai-Boxern. Mr. Eisenfaust, wo er hinschlägt, da sprühen die Funken. Heute allerdings verteidigt er nicht seinen Weltmeistergürtel. Er hat sich für einen sogenannten Superfight entschieden. Da geht es um keine Meister-Ehren und sein Gegner kommt aus Frankreich, der heißt Coranquin Jallon. Es geht über drei Runden a drei Minuten und diesmal nach K1-Regeln. Schon beim letzten Kampf, da verging Jallons Landsmann David Dancroth gegen Kabaschi hören und sehen. Als er mächtig verprügelt wurde, dann Ringrichter Coran Filippovic angriff und eine Disqualifikation, einen bösen Knockout vorzog. Also auch so kann man einen Kampf beenden, aber da ist dieser Coranquin Jallon von einem anderen Kaliber. Der französische Meister stellt sich hier den harten Attacken von B7. Kabaschi, 29 Kämpfe, 28 Siege, 21 durch K.O. Nur einen Kampf hat er verloren, ebenfalls durch K.O. gegen Soran. Doric aus Kroatien, aber im Rückkampf ging es dann mächtig zur Sache und Doric sei ebenfalls das Ende des Kampfes nicht. Coranquin, Jallon, 25 Kämpfe, 20 Siege, fünfmal hat er verloren, aber auch zehnmal durch K.O. gewonnen. Also auch er kann, wenn es darauf ankommt, mächtig zu lang. Nichts passiert. Erste Runde und B7 Kabaschi, wie man ihn kennt, aggressiv. Angreifen, immer den Vorwärtsgang eingelegt, immer darauf bedacht, den Gegner hier nicht zur Erwirkung kommen zu lassen. Da kommt die Rechte zum Kopf. Koran Filippowitsch lässt den Kampf weiterlaufen. Ich denke, da war schon so ein bisschen wie er guckt dabei, da hätte man den guten Jallon auch anzählen können. Schwer hat es hier, sich auf den Beinen zu halten bei den knallharten Kicks von B7 Kabaschi, dem 32-jährigen Steko-Schützling. Er ist mittlerweile in der Münchner Kampfsportszene einer der ganz großen Publikumslieblinge. Da stehen die Leute auf den Bänken, wenn er zu seinen Kämpfen antritt, bringt er regelmäßig 1.000 bis 1.500 Fans mit, die nur wegen ihm kommen. Und wenn man sieht, wie er hier zur Sache geht, dann weiß man, warum. Kampf pur, B7 Kabaschi. Pavliza Steko, Ex-Weltmeister, einer der ganz großen, also noch aktiver, umgeschlagen, abgetreten. Und das ist natürlich ein Musterschüler, dieser B7 Kabaschi. Die zweite Runde. Ja, mal zack hat es gemacht, die rechte durchgekommen von Jallon. Also der kann es auch. K1 regeln. Das heißt jetzt auch, dass Knie eingesetzt werden darf. Ja, und da ist er wieder, der Aggressivling, B7 Kabaschi, der man ihn privat kennenlernt. Unheimlich netter Junge, aber im Regen sollte man ihm tunlichst nicht begegnen. Nach seiner Maseurzeit hat er eine fünfjährige Pause eingelegt. Sonst wäre er vielleicht noch ein Tick weiter hier, gut zu sehen, das Knie. Hat er kaum noch Gegner gefunden, hat ihn das Ganze gelangweilt. Und dann stieg er bei den Stekos wieder ein. Und seitdem führt sein Weg unaufhörlich nach oben. Aber gut ab vor diesem Quarantin-Jallon. Kein so ein Angsthase wie sein Landsmann im letzten Kampf. Er stellt sich hier und versucht durchaus auch zum Erfolg zu kommen. Allerdings, nach Punkten hier, klare Sache für B7 Kabaschi. Schauen wir auch mal bei dem Versuch hier mit dem Knie zum Kopf von Kabaschi durchzukommen. Schwere Rechte zum Kopf, aber der verprägt einiges. Mann aus Frankreich vom Siam-Boxing 69-Gym. Wird betreut von Dudu Haschäfer. Das gefällt mir an Kabaschi. Ja, ist immer bemüht hier, seinen Kampfstil durchzusetzen. Geht nie zurück. Und wenn es halt schief geht, dann hat er den Fehler gemacht. Er braucht sich nie den Vorwurf gefallen zu lassen, zu wenig gezeigt zu haben. Und dadurch nach Punkten eventuell zu verlieren. Das gibt es bei ihm nicht. Ja, das ist ganz schön Dampf dahinter bei diesen Kicks zum Oberschenkel. Ja, auch mal eine Inhand dabei gewesen, aber auch nicht voll getroffen. Runde 3. Die ersten beiden Durchgänge sind klar an Kabaschi gegangen. Auch zu Beginn dieser dritten Runde ist der Herr im Ring. Und schauen Sie, er hat zu seinen Schwierigkeiten, dieser Jalant, aber diesen finalen Knockoutschlag, den hat er bislang vermeiden können. Ja, ist recht beweglich im Oberkörper. Gute Beinarbeit. Und das war's dann. Ist auch recht zaghaft, wenn er hier angreift. Immer wieder gute Konter, links, rechts, zum Kopf. Ja, wieder. Kick hier zum Innenschenkel. Tut alles weh. Und dämpft natürlich die Angriffsfreude des französischen Meisters. Nochmal zu sehen, drei Runden a drei Minuten. Die letzte Runde hier in einem sehr interessanten Kampf. Bis zum Kabaschi hat er nicht alles aus sich rausgeholt. Aber das sind natürlich Fights hier, um nicht einzurosten. Um immer im Weckkampf zu bleiben. Beim nächsten Mal im September. Da wird er wieder um sein Weltmeistergürtel kämpfen. Aber hier reizen sie doch nochmal, vielleicht vorzeitig zum Erfolg zu kommen. Konditionen hat er auch. Das ist ein begeisterter Kitesurfer. Snowboarden, Skifahren. Alles, wo so ein kleiner Kick dabei ist, das gefällt Besin Kabaschi. Und dann ist der Kampf vorbei. Und dann warten wir auch jetzt natürlich das Urteil ab. Aber ich glaube, es ist keine große Verraschung, wenn ich Ihnen sage, dass der Sieger eigentlich nur der Mann in der roten Hose sein kann. Und das ist eben Besin Kabaschi, wie Kai Petzmann ganz richtig sagt.